Sie sind hier, 3. September 2018, 7.22 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Nate Schmidt erreichte mit den Vegas Golden Knights in der Vorsähe, so dass Stanley Cup Finale Urheberrecht gett die Images, die Vegas Golden Knights müssen 20 Spiele lang ohne ihren Verteidiger Nate Schmidt auskommen. Die NHL sperrt ihn wegen Dopings, Team und Spieler wehren sich. Verteidiger Nate Schmidt vom Stanley Cup Finalisten Vegas Golden Knights ist wegen Dopings in der nordamerikanischen Eishockey Profiliga 20 Spiele gesperrt worden. Der 27-jährige US-Amerikaner verpasst damit gut ein Viertel der Hauptrunde 2018-19. Schmidt darf am 18. November im Spiel bei den Edmonton Eulers um Leon Dreisaitl und Tobias Rieder zurückkehren. Welche verbotene Substanz nachgewiesen wurde, teilte die NHL nicht mit. Schmidt kann sich die positive Probe nicht erklären. Team wehrt sich gegen Sperre, ich weiß, dass ich die Spiele verpassen werde, aber ich finde die Sperre nicht richtig und werde nicht akzeptieren, als Betrüger bezeichnet zu werden, teilte der frühere Profi von Meister Washington Capitals in einer Stellungnahme mit. Er sei sehr enttäuscht. Ich habe nur Nahrungsergänzungsmittel genommen, die mir mein Team gegeben hat. Ich achte sehr darauf, was ich meinem Körper zuführe, der Klub glaubt seinem Spieler. Wir wehren uns vehement gegen die Sperre, teilten die Golden Knights mit. Schmidt sei eine ehrliche Person mit guter Moral und großer Integrität. Der Abwehrspezialist darf auch in keinem Vorbereitungsspiel auflaufen. Untertitelung des ZDF, 2020